ah shit on ist irgendwo ein gegner irgendwo heißt hier . . . . . . . weißt du noch eine plattform sind es war clean holy shit ja eigentlich hätte ich mich fast qualified wäre das und das nur anders gewesen aber dann ist man halt einfach nichts zu tun das ist etwas das viele leute nicht verstehen wollen wahrscheinlich auch ich hätte mich zubauen sollen oh mein gott oh mein gott der ist gut aber nicht gut genug ich habe keine heal bekommen oh mein gott oh mein gott oh mein gott digga ich hätte so gerne gehabt den kill oh let's go was ein wort was so nice ich hatte wirklich mal oh mein gott nice snap ich hatte wirklich mal zeit um ein bisschen was anderes zu machen was heißt zeit ich habe die auch sonst aber bisschen weniger druck so daily streams und alles machen ich liebe charge das ist aber schon nice aber ansonsten ist es halt also selbst wenn ich keine youtube machen so machen würde würde ich nicht mehr zocken ich bin ich habe ja oh dumm oh shit dicker ich laufe manchmal ein bisschen zu prediktet rum oh ganz gutes heim ich kann das mittlerweile so gut hier einfach kills abstauben es 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 Das war's. Oh my god. Oh my god. Nice. Bisschen Aufkampf war das gerade. Bisschen Aufkampf. Oh, and probably Fall Damage bekommen. Bisschen Aufkampf. Oh, so obvious. Yes. 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 Oh shit, das ist ein Gepäckfinger.